Und somit ein herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Daisy 19 Uhr mit Daniel und mir, Luzi. Wir waren wieder auf dem Vanilla-Server von letzter Woche nochmal unterwegs hier und ich kann euch sagen, ohne zu spoilern, es war definitiv nicht meine Woche. Entschuldigt dementsprechend bitte meine heutige Performance. Bevor wir aber uns diesen üblichen Wahnsinn der Daisy-Standler und Stellenfreunde nochmal ein fettes, fettes Dankeschön für letzte Woche. Uns haben 1156 Daumen nach oben erreicht, vielen Dank. Mal schauen, wie viele Daumen nach oben ihr in diesem Video schafft. Aber erstmal rein. Ins Video. Und auch hier werden es immer mehr. Vielen Dank für den finanziellen Support an diese Mitglieder. Liebe Freunde, die dreißig gerade am Start hier natürlich hier im Sommer. Ich hoffe, ihr feiert den Sommer genauso wie wir. Nämlich? Gar nicht! Auf jeden Fall, ihr willkommen zu einer neuen Episode. Und wir sind hier mal wieder seit langem auf dem Balota-Airstrip. Airstrip, genau, ja, so heißt das. Auf jeden Fall haben wir da schon den einen oder anderen Stolch identifiziert da. Und wir können euch, oh Gott, wir können spoilern, Freunde. Der ist nicht friendly, Mann. Der hat gerade auf uns geschossen schon. Ah, der ist nicht friendly? Wir sind ja gemütlich am Looten gewesen. Und dann hat der richtig aggressiv im Massenmörder-Modus rausgeschossen. Oh, scheiße, Mann. Ich blute. Ja, kommst du? Was machst du denn? Ja, ich schieße auf den. Ja, wie soll ich denn dir helfen? Ich habe nicht mal einen Scope, Mann. Ja, du weißt ja ungefähr, wo der ist, oder nicht? Ja, bis ich da aime und schieße und so, bin ich dead, Alter. Ah, okay, der hat mich jetzt schon zum zweiten Mal angehättet, der Bruder. Und ich lebe noch. Also, so durchschlagend ist der was? Eine weitere Episode des 2019 mit mir und Daniel, Alter. Ach so, ah! Alles klar, liebe Freunde. Da oben ist er, mit seinem hässlichen Kopf. Der hässliche Kopf, Alter. Hast du gar keinen Scope? Oh, nee, von rechts auch noch, ne? Really, Alter? Scheiße, was machen wir denn jetzt hier? Das ist schon ein bisschen mistlich, ne? Jetzt sind wir mit dem Sandwich natürlich, liebe Freunde. Natürlich hier immer in Unterzahl. No. Ja, ja. Hier in diesen heißen 40 Grad Schweiz-Sommertagen. Sehr schön hier. Na ja, natürlich auch hier in Norddeutschland, liebe Freunde. Oh, da kommt das Gewitter. Der Himmel ist auch immer sehr schwarz bei mir. Könnte sein, dass der Blitz hier gleich einschlägt. Hallo, wir spielen die Daily Sandel und Bruder so. Wir müssen jetzt irgendwas unternehmen. Ja, friendly? Okay, dann lass es hinpushen. Wir können eh nichts außer pushen. Hä, ich hab Scope. Ja, ich nicht. Ich kann nichts machen. Ah, so wie ich gerade. Es tut mir leid. Ich versuch mein Bestes, okay? Ja, viel Glück. Kommst du echt nicht mit? Was ist mit dieser Episode? Ich kann gar nichts mehr machen. Ist das Server down? Ah, jetzt geht's wieder. Ist das Server down? Doch, ich kann auch was ablegen und aufnehmen. Ich geh da unten mal rein, oder? Meinst du das eine gute Idee? Nee, aber ich kann nichts machen, ja. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Nice. Ach, scheiße. Hast du ihn? Ja, ich seh's. Nee, leider nicht. Boah. Hast du geschossen? Ja, hab ich ihn. Nee, bewegt sich immer noch. Ja, oben. Ja, ich hab's gesehen. Ohne Scope ist so Schmutz. Oh, nice. Oh, schwierig. Schwierig, Bruder. Treff ich ihn überhaupt? Es ist sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ist er noch da? Ja, ja. Er ruscht da. Also links und rechts geht er mal. Scheiße. Ich wurde schon wieder angehltet, ne? Wahnsinn. Ich glaube, ich hab so einen Plate-Carrier an. Ja. Die kickt schon rein. Mann, das wäre echt kein PU-Score für mich. Nee. Das ist da oben, auf dem Dach. Ist es wieder unten, ne? Boah, das ist... I don't know. So genau kann ich gar nicht zielen von hier. Dann müssen wir doch hin. Ich bin schon wieder angehittet. Die Weste, ich sag's dir, ich bin unbewundbar. Oh doch, jetzt bin ich rot. Scheiße. Ich kann da jetzt nicht mehr hin, Digga. Ich bin... Vielleicht, Digga. Ist er jetzt noch oben? Im Fenster? Nee, links oben. Ja, links oben. Also in der Kuppel oben, ne? Boah, draußen blitzt grad hart, ne? Ist er jetzt oben in der Kuppel oder im Fenster? Immer noch Fenster, Bruder. Seit zwei Stunden. Ja, da war vorhin auch einer oben drin. Ich sag's dir. Das ist derselbe. Ich bin dead. Ja, perfekt. Wieso piekst du denn schon wieder? Hä? Wo standst du denn? Unten, Fenster. Hä? Was? Wo bist du tot, bitte? Unten, Fenster. Ach, du scho. Kleiner Raum. Ja, man hat da eigentlich so ein bisschen... Der ist oben in der Kuppel. Oder es sind zwei. Das kann auch sein. Also, bei mir kommt einer rein. Ach, du Kacke. Acht Schuss mit der Glocke, ne? Ja, ja. Er schließt unten ab. Wenn ich nicht flüchten kann, oder was? Weiß nicht. Ich renne durch diesen Wald, wo wir die Tasse, äh, die... Wahrscheinlich Tasse, oder? Die Tonne gefunden haben. Okay. Und die Pistole mit. Also, als ich die wiederfinde, dann... Nehme ich die Pistole mit. Wenn ich die nicht wiederfinde, ist das halt back now. Glaubt, er will mich? Dann halt die doch noch ein bisschen hin. Vielleicht schaffe ich's dann gleich mit der Pistole. Acht Schuss hab ich, Mann. Oder ich nehm die Mosin auf Lucky Shot. Wie er kauft, Alter. Wo ist er jetzt? Ein Drittenhaus. Wo ist er? Hat 5 jetzt. Nice. Nein! Nein! Der hat wohl einen Schuss gehört. Was war da? Warte. Er fällt nicht um. Okay, Bruder. Du bist immer noch oben. Nein! Er ist dead. Drin sind alle tot, Bruder. Geh looten. Ich wurde von hinten, von außen erschossen. Ich bin jeden Moment wieder da. Okay, perfekt. Drin sind alle dead. Liebe Freunde. Freunde der Sonne. Freunde der Sonne, das war jetzt nicht hier unser größter Glücksort immer wieder. Aber hey, so ist das TC-Gebäude. Wir sind dann wieder zurück und haben hier nochmal alles gesaved. Ich renne direkt mal raus, Bruder. Ja, ich komme direkt mit. Wieso machst du zu? Weil ich dachte, du bleibst da noch drin, Bruder. Sorry. Ich dachte doch, die Schüsse kommen von hier. Ne, 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 ne. Was soll ich denn da drin mit einer Pistel? Weiß ich nicht, Bruder. Da rennen wir zusammen. In Bar Lothar Airstrip, Freunde, mal hier. Ah, Bar Lothar Airstrip mal wieder. Ganz oben im Norden. Achso, ne, warte mal. Ah, ne. So, hier war das irgendwo, ne? Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht auch Hangare, kann ich mir vorstellen. Das ist auch ein bisschen loo. Da sind auch noch ein paar Zelte dazwischen. Ich glaube eher... Also, da haben wir doch verschiedene Optionen. Da müssen wir auf Zombies, oder? Weil ich sehe keine mehr. Ja, das kann schon sein. Aber dann müssten ja auch irgendwo Zombie-Leichen liegen, ne? Bist du das da? Und das ist ein Zombie. Oh. Wieso habe ich denn jetzt aggro? Ich habe doch gar nichts getan. Weiß ich nicht. Ich verstehe das Game nicht, Freunde. Wirklich. Erklärt mir das bitte mal in den Kommentaren. Ja, mit der Zombie-Agro ist das immer so eine Sache. Kommt man zwischen den Zelten durch hier? Oh, hier im Hangar ist eine Leiche. Oh, 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 oh. Achtung. War das ein Busch? Bist du durch den Busch gelaufen? Nee. Hä? Ah, bist du das? Nein, wahrscheinlich nicht. Och, Mann. Da ist einer drin. Bist du tot, oder was? Ich check's nicht. Bist du tot? Okay, der ist dead, der ist dead. Komm schnell her, Bruder. Ich renne hart. Aber ganz hart, bitte. Was ist denn hier schon wieder passiert, Mann? Schüsse? Ja, ja, das eine war ich. Ich komme rein. Komm hinten durch, komm hinten durch. Wie hinten durch? Nach ganz hinten. Hier, hier, hier. Das bin ich. Gib Gas. Hier, der Zombie hat Rucksack und Weste. Rucksack und Weste. Dann kannst du dich schon mal ein bisschen hier aufluten. Und ansonsten ist hier natürlich die eine oder andere Leiche für dich am Warten. Warte mal, den hat mich gerade gekillt. Was hat denn alles? Ach, nichts. Jo, fuck off, Junge. Wahrscheinlich fuck off. Wahrscheinlich fuck off, oder? Der Umgangston wird immer rauer hier, Mann. Ey, wir sind Brüder. Was soll denn das? Fuck off sagt er zu mir, Mann. Ja, es rutscht halt so raus. Ja, was soll denn das, Mann? Wo liegt meine scheiß Leiche da? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal ein bisschen den Staff sortieren. Wahrscheinlich hast du keine Ahnung, wo meine Leiche liegt, oder? Ja, lass mich doch einfach labern, Mann. Ja, 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 ja. Gott, es tut mir so leid, ne? Liebe Freunde, wir sind hier mitten im Chaos von Cernarus, Alter. Wahrscheinlich Cernarus, oder? Und haben hier natürlich dieses ein oder andere. Hat der noch irgendwie so Pumpkin, Muni, oder so ein Shit? Ey, ihr habt noch sechs Schuss von den Grünen hier, die zwölf sogar. Wo haben die denn diesen Staff immer her? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ja, gut, es ist jetzt auch kein High-Loot, ne? Ja, wir finden gar nichts. Wenn wir in ein Gebäude looten gehen, da ist nichts drin. Ja, das stimmt. Ja, im Gegensatz zu uns, die wir gar nichts finden, und mit gar nichts meinen wir gar nichts, ist es doch schon ein ganzer Haufen hier. Mit gar nichts meinst du Gornix wahrscheinlich. Ah, Gornix wahrscheinlich, ja. Gut, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Ja. Gucken wir mal, wie wir uns hier doch den Loot aufteilen. Aber ich glaube, also ich bin ganz gut ausgerüstet. Ja, doch. Doch, schon, da kann man sich da eigentlich weniger. Doch, schneiden habe ich auch. Und dann würde ich sagen, jetzt leben wir uns an der Stelle hier gleich wieder. Nice. Nice, Mann. Liebe Freunde. Ja, Freunde, wir haben nochmal auf die Übeltäter gewartet, aber ja, die trauen sich hier natürlich nicht mehr rein. Im Gegensatz zu uns, gerade nach Niederlagen, wir sind natürlich wieder aufgestanden hier. Überall, Zombies, gar kein Bock, ne? Meine Fresse. Ja, Richtung ATC würde ich sagen, wir haben hier noch, also viele Schüsse gehört, auch von unterschiedlichen Waffen. Man hört es immer noch? Man hört es immer noch, ja. Ist das schon ein Geräusch? Was? Ja, Zombies. Lass den eben killen, ne? Sonst rennt der uns kilometerlang nach. Wahrscheinlich kilometerlang, oder? Wir haben noch gar nicht geschossen, nur. Jetzt stirbt doch endlich. Ey, was wollt ihr? Warum stirbt denn der nicht, Mann? Wahnsinn, Wahnsinn. Liebe Leute, die Lage ist ziemlich angespannt, denn es ist hochsam, aber wir sind ziemlich gereiht. Entschuldigt das, bitte. Also ich bin auf jeden Fall gereiht, aber ich glaube, das kann jeder sehr gut nachvollziehen. Wer auch diese Hitzewelle hier. So, ist da noch jemand im ATC? Kann sein, die campen da seit zwei Stunden. Aber, ja. Was willst du machen? Was willst du machen? Das ist eine gute Frage. Ja, die sind immer noch im selben Fenster, Digga, und auf dem selben Scheißdach. Ich seh ihn, ich seh ihn. Hast du überhaupt mittlerweile? Ja, ja, ja. Aber ich... Ich weiß nicht, ob der mich schon gesehen hat. Wie weit ist das? 200 Meter? Was war das? Weiß ich nicht. Wo siehst du ihn denn? Ah, da oben, Alter. Ich seh ihn. Digga, der ist ja full equipped. Jetzt grad seh ich ihn nicht mehr. Ja, das Graslamm hat sich bei mir bewegt, jetzt seh ich ihn auch nicht mehr. Siehst du? Ja, ich schieße. Ah, das ist echt... Das ist viel zu ungenau. Ist viel zu ungenau, leider. Ich hab keine Chance zu treffen. Mit der MP5 müsste ich eigentlich reingehen. Wollen wir reingehen? Ja, das reingehen, oder? Komm. Safe, ja? Ja, komm, let's go. Ich bin jetzt hier an... Ach, da bist du. Perfekt. Ja, lass mal so ein bisschen gedeckt bleiben hier. Das muss natürlich sein. Freunde, da die meisten natürlich campen mit dem Game, sind wir natürlich die Beauftragten und pushen mal wieder. Obwohl wir nur scheiß Equipment haben, Freunde. Nehmt euch daran kein Beispiel, denn ihr sterbt dadurch sehr oft natürlich, ne? Ja, man. Okay, let's go. Oh, jo, jo. Perfekt. Gaffen die da schon, oder was? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich an deren Stelle würde... Obwohl, wir sind jetzt ein bisschen näher dran, Bruder. Theoretisch hätte ich jetzt hier auch eine Möglichkeit mit der MP5 vielleicht... Wo aimst du denn hin? Was auszurichten? Ja, ich muss sie eben nullen. So, man muss aimen, um sie nullen. Muss man nicht? Doch, doch. Ja, doch, doch. Wegen Scope, wegen Scope. Oh, ich glaube, da ist einer reingepusht. Let's go. Echt? Ja, klar. Das müssen wir ausnutzen, oder? Ja. Wir rennen schon hin. Ja, ich bin unten. Ah, ich sehe dich vor mir. Wait. Das bist nicht du, oder? Das war... Nee, das war nicht ich. Ach du Scheiße. Schieß, 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 schieß. Ah! Hab ihn. Fall doch rum! Er ist tot. Okay, er ist dead, er ist dead. Nice. Gut gemacht. Und jetzt? Das weiß ich nicht. Jetzt mal reloaden. Alter, oh, da drin ist auch eine full-equipte Leiche hier. Ja, dann lass da rein, oder? Ja, ich will auch schon fliegen, ich will auch schon fliegen. Komm, einfach rein. Abname B5, abname B5. Wollen wir irgendwo rein? Ja, in die andere Richtung, in die andere Richtung. Die andere Richtung. Aber ich komme, okay, ich gehe, ich gehe. Wir können auch Leiter, wir können auch Leiter. Nee, nee, Leiterschmutz, oder? Schlimm. Ich geh mal, bist du das hier? Ja. Ja, ja, das bin ich, natürlich. Ich glaube, der hat nur eine A-Kitter. Ah, scheiße, drauf kann ich das rein. Pass auf, pass auf. Abgeschlossen, oder? Ja, Camper. Das sind einfach nur Camper. Das ist schon hart, hier abzuschließen, Freunde. Liebe Freunde, wir befinden uns eben noch an der Küste, wo ein Bambi sprungen. Abgeschlossen. Und die nutzen die so... Ach, da hinten ist es offen. Ja, einfach rum, oder? Ich weiß nicht, was soll man anders machen. Was willst du machen, Alter? Was willst du machen, hm? Wenn du campst, ist es nicht gut. Wenn du pushst, ist es nicht gut. Es ist einfach gar nichts gut. Nee, ist so, ist so. Digga, lass uns erst mal gucken. Ach ja, ich mach zu, ich mach zu. Perfekt, okay. Klo ist meistens, pass auf. Klo ist meistens. Pass auf, wollen wir wetten, wollen wir wetten? Ja, ist safe auf dem Klo. Er hat sich eingeschissen. Ach so, nee, ich meinte, er hat sich eingeschissen. Ah, ist abgeschlossen. Ach so. Ah, abgeschlossen, ah. Ah, das ist abgeschlossen. Perfekt, gutes Game. Wait, das Klo ist auch abgeschlossen? Ja, aber der hat wahrscheinlich... Ach, das war das Klo. Ah, wow. Äh, FX. Trommelmags. Zwei Stück. Und AK-Mag. Draußen liegt eine AK, ne? Bison, Bison. Ja, ich nehm eins mit auf jeden Fall. Soll ich mir die AK holen? Ich mach das jetzt einfach, Bruder. Probier's, probier's, Bruder. Ich glaub, wir haben sonst keine Chance, hier was zu reißen. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, okay, okay. Hier unten ist alles safe, Mann. Ich sag's dir. Der hat halbautomatisch eingestellt, der Larry. Na gut, das ist natürlich... Ich lass die MP5 hier, Mann. So, okay, let's go. Was jetzt? Ja, wir haben viel zu viele MP5s. Warte, ich muss kurz reloaden. Wollt ihr mal reden mit dem, oder was? Meinst du, das macht Sinn? Nee. Irgendwie nicht. Hallo. Erster Raum rein, oder wie? Erste Etage, erster Raum rein. Ja, wir gehen einfach rein. Okay, okay, okay. Oh Gott, ich dachte, du wärst ein Feind, Alter. Rucksack wär eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fonds hast du hier noch mitzunehmen, aber... Wait, ist der überhaupt noch? Der ist badly damaged. Ich bin full, full. Ich kann nichts mehr nehmen. Ja, deshalb ja auch Rucksack. Achso. Nächste Etage. Oh Mann, was machen wir denn schon wieder? Die wird kacke, die wird kacke. Mit dem Durchrennen da immer. Okay, 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 okay. Okay, okay, ich renn auch durch. Achtung, Achtung, Achtung. Oh Gott, ich stecke fest. Ich glaube, safe. Kabelmanagement, 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 Kabelmanagement. Kabelmanage. Ich hätte noch eine Nate, ne? Oh, oh, oh. Hier oben kommt Fleisch. Da kommt Fleisch? Oh, Waffenswitch. Achso, du. Okay, okay, okay. Du, ne? Achso, du Scheiße. Pass auf, der bänkt dir wahrscheinlich durch gleich. Scheiße, Mann. Wenn du Nate hast, soll ich aufmachen? Du wirfst rein? Du weißt, wie das endet, ne? Ja, ich werde sterben. Oder ich. Sollen wir das versuchen? Ja, okay. Anpinnen schon mal. Go. 3, 2, 1. Und mach zu den Lachs. Mach zu den Lachs. Ja, ist zu, ist zu. Alter. Leck mich doch fett. Sollen wir reinpushen? 3, 2, 1. Erstmal gaffen, oder? Links, 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 links. An der kleinen Eisentreppe. Ich glaube, du hast einen. Weiß ich nicht. Er kommt, er kommt. Ich komme hier, ich komme hier. Hat Hits? Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Du auch? Ja. Okay, okay. Will loader, ich loader. Du musst es gut verbinden. Er ist oben jetzt, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich rausgehe, weißt du, und ihn snipe. Er ist auf dem Dach, er hat Hits. Er ist hochgerannt? Ja. Also, ich habe Metall gehört. Warte, warte. Waffen, warte, 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 warte. Waffen switch, über uns, ne? Sollen wir aufmachen? Ja. Okay. Ne, das von hinten habe ich ja, ne? Ja, er ist rechts rein. Links ist er nicht. Ja, er ist über uns. Jemand jumpt. Hat er eine Treppe, von der er aus fliehen könnte? Da oben? Geht, glaube ich, ne? Ja. Juridisch, glaube ich, schon, ja. Ey, die sind randvoll hier, ne? Echt? Ach, du Scheiße, ja, ja. Die haben so viele AKM-Trommel-Max, aber keine AKM. Oh, die SGS ist ruiniert, nein. Das ist echt ärgerlich. Scheiße. Ich hätte PU's gehob. Soll ich jemanden aufmachen? Äh, ja, ich meine, muss ja, ne? Ein, zwei, eins. Der liegt auch, oh, der liegt in einem 16, Baby. Hm. Let's go, Alter. Ich muss noch kurz... Ich lade nach. Hallo, hey, are you friendly, man? Can we talk? You can talk on Caps Lock, mate, if you're new in this game. Oh, nice, you're new in this game. Okay, hello, um, yeah, you can talk on Caps Lock. Ah, mit der Kamera da rein, ne? Ähm, ja, was meinst du? Also, theoretisch könnte ich mit der... Erstmal looten, oder? Ja, kannst du irgendwie snipen mit irgendwas? Nee, doch kann ich, aber... Ah. Oh, ist nicht so dein Stil. Äh, das ist ja wert, halt, third person, da kannst du nichts machen. Alter, wie viel hier liegt? Ja, sag ich doch. My friend, you're friendly. Okay, ich muss aber leider die Zone mitnehmen, weil ich sonst wenig Schuss hab. Why not? Hello, hey, we can just share the loot, man. We don't want to kill you. We just heard some gunshots and then, yeah. Alter, liegt hier viel. Ah, where are you from? France. Oh. Daumen. Oh, salut. Tu parles Francais? Ob du Französisch sprichst, Junge. Meine Fresse. Weißt du, ich bemühe mich schon mit meinem hart akzentuierten Schulenglisch. Dati fliss grüßen an der Stelle. Akzentuiertem. Sagt man das so? Was weiß denn ich? Und er antwortet nicht mal. Ja, das ist so arrogant hier wieder. Oh, der hat uns angelogen. Was machen wir? Scheiße. Tja, Bruder. Der liegt jetzt da oben. Da kommen wir eigentlich nicht hin, ne? Ja doch, wenn wir pushen, wie immer. Hast du noch eine Nate zufällig? My friend. Ach. Jetzt redet er auf einmal. Hello. Hey, where are you? Ah, we are, um. Friendly or not? Was? Friendly or not, oder? Hat er gesagt? Yeah, friendly, friendly, friendly. Yeah, yeah, yeah. Hä? Warte mal, kommt er? Treppenhaus, irgendwas, oder? Möglich. Ja, Treppenhaus. Digga, ich war drauf, hä? Dead, dead, dead. Ach du, der andere Push wahrscheinlich, der andere Push wahrscheinlich. What? Ich bin dead. Was war das? Du auch? Was war das? Bist du dead? Ja, was war das? Ne Nate? Oh, nee, ne? Hatte der eine mit? Oh, nee, ey. Oh, scheiße. Alter. Ja gut, kannst du nichts machen. Was willst du machen? Ey, das Game, ne? Nate in der Hand rennt rein, oder was? Was willst du machen? Fuck. Liebe Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Nice. Oh Gott. Bro. Was ist los, Bruder? Was ist denn wie Kacke, Mann? Ich bin da, ich bin da. Ja, ja. Wir sind zurück in Channel, liebe Freunde. Unten ist auf jeden Fall jemand. Er geht hoch vielleicht. Echt? Ja, ja. Was heißt denn hier vielleicht? Ich habe keinen Sichtkontakt zu ihm. Ich kann nicht, ich gucke hier durch die Fenster. Okay. Du bist auf jeden Fall bewaffnet. Ich sehe ihn unten jetzt gerade nicht mehr. Ich höre ihn auch gar nicht mehr. Okay. Okay. Was ist, wenn ich rausrenne und dir eine Waffe gebe? Sinnvoll? Ne, nicht sinnvoll. Ne, der ist irgendwo im Erdgeschoss oder jetzt in der mittleren Etage. Ich könnte hier eine Waffe vom Dach rausschmeißen. Das könnten wir machen. Du könntest die hier vor die... Vor die? Okay, warte. Siehst du mich hier unten? Wenn ich jetzt selbst mal die mich hört, ne? Ja, stimmt. Das ist schlecht. Wo bist du? An den Garagen. Ach, hinten? Ja, ja. Okay, warte. Ich renne aus. Da bist du, ne? Ja, das bin ich hier. Ja. Oh, geil, Mann. Sick, danke, Mann. Okay, perfekt. Ich bin zumindest immerhin mal bewaffnet hier. Sehr gute Aktion, Bruder. Weißt du, welche Mission da drin ist? Ne, ich habe sie vom Gegner gelootet. Ich habe einen gemessert noch. Ah, er hat einen gemessert. Okay, okay, okay. Okay, kriegen wir den irgendwie? Ich bin Treppe. Hallo? Hallo? Wie gesagt, ich sehe ihn jetzt gerade nicht mehr. Hast du Fake News gemacht? Ich renne runter. Pass auf, der muss im ersten Stockwerk sein. Ich bin unten, Eingangstür. Hier ist nichts, Bruder. Komm rein. Ah, das ist der Fuh. Nein, komm rein, schnell. Push, push, push. Push und ein Cell. Ah, der hat mich direkt gekillt. Bruder, hilf mir doch mal. Was denn? Wo bist du? Ein Zwischengang. Oh, die kommen beide. Oh, ich muss rennen. Was ist für ein Zwischengang? Ich muss rennen vor der Police. Zwischengang. Kommen die schon? Oh Gott, ich muss rennen, Dickie. Scheiß, Mann. Ich bin im Piano. Kommst du mit ins Piano? Ich bin aktuell safe. Ich empfinde mich noch nicht als safe hier. Ich glaube, wenn ich ins Piano renne, bin ich dead. Aber ich habe jetzt minimal Einblick in die Police. Wollen die mich jetzt umlaufen oder wo sind die hin? Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass die dir gefolgt sind. Ich renne in den Piano. Ach du Scheiße, die haben so auf mich reingeballert, ne? Ist ja alles abgeschlossen. Was? Das kann nicht sein. Das Piano neben der Police? Ja, jetzt, Mann. Okay. Ja, klar, Mann. Ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch. Ich bin das, gell? Ah. Ja, von hier siehst du das auch nicht. Das war vorne. Ich war vorhin, ich habe vorhin vorne gepackt, Mann. Warst du warst vorne, Mann? Entspann dich mal ein bisschen. Nein, ich bin übelst aufgeregt. Oh Gott, Alter. Von wo? Wir stehen vor dem Gebäude, ne? Richtung Straße, Police. Alles klar. Da kamen die Schüsse, glaube ich, her. Ja. Okay, was wir jetzt natürlich machen können, wir könnten hinten in die Police rein. Okay, let's go. Wo bist du? Police rein. Och, Digga. Hä? Bin drin. Geht, bist du hinten rum? Nein, vorne. Gehst du vorne rein? Nee, hinten. Okay. Ey, es sind so viele... Alter, guck dir mal das Leichenfleisch hier an. Ist noch ein Skorpion. Guck dir mal die Leichenzerfletterung an. Oh, hier ist wieder die Tür abgeschlossen. Was sind denn das immer für Pussys, die ihr abschlägt? Weiß ich nicht, Bruder. Ja, Freunde, wir sind hier in Cerno, by the way. Why are you trying to break the exit? Oh, oh, shit, shit, shit. Da oben ist ja einer. Wo ist oben? Wo ist oben? Komm rein, Bruder. Wo ist oben? Ja, oben hat er geredet. Hast du das nicht gehört? Hast du das nicht gehört? Ja, doch, 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 doch. Ja, komm, 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 komm. Unten ist safe, ja? Aktuell schon noch, ja? Das bin ich hier in der Zelle. Okay. Ich hab das von oben gehört, ne? Hello? Hello? Friendly? Und, was siehst du? Hä? Er ist tot. Er ist tot? Oder, er ist eine Leiche halt, ne? Ich meine, das ist nicht unmöglich, ne? Sind da Fliegen? Nee. Wünsche, ist der Munition. Okay. Okay, ja, doch, hat geschmeckt gerade das Loot. Okay, okay. Ja, gut, ich meine, frische Leiche. Vorhin fiel nochmal ein Schuss. Wer hat denn da geredet gerade? Aber warte mal, der Schuss fiel nach dem, der gesprochen hatte, ne? Ich hab keinen Schuss gehört, ehrlich gesagt. Was? Oh, oh, oh. Ist der gegenüber? Hallo? Hallo? Can you hear us? What? Lass mal hingehen, oder? Hello? Okay, lass mal hingehen. Let's go. Was haben wir zu verlieren, außer die Skorpion, ne? Hast du jetzt irgendwas, äh, neue Muni, neue Waffen oder so? Nee, lass doch jetzt hingehen, bevor der weg ist, Mann. Ja, der rennt. Oh, Gottes Willen, geh zurück! Ich bin zurück, ich bin zurück, Bruder. Ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Er kommt, oder? Nee, die Zombies kommen natürlich. Die Zombies kommen natürlich nur. Ich komm rein. Ja. Und wo kam das denn jetzt? Okay, wo kam die vorne, die Schüsse vorne? Ach, du Scheiße. Bruder, von wo kam die denn? Du weißt von der Stand, ne? Nein. In welcher Tür? Nee, du? Hallo? Da, 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 dieser Schuppen mit den roten Türen. Ach so, der rechts da. Neben dem Eckhaus, ja. Ich hab ein bisschen Schiss, dass die oben jetzt durchs Fenster schießen. Werden sie, okay. Wir könnten pushen. Hinter uns war noch, äh, was war das, ein Winchester oder so? Ich glaub ein Double, oder? Ah, weiß nicht. Was meinst du mit hinten? Hat er durchs Fenster geschossen, oder wie? Nö, er hat hinter uns irgendwann einen Schuss, ne? Okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, Bruder. Entweder wir pushen die vorne. Oder chillen, ne? Ich würd sagen, wir chillen, Moment. Machen einen kleinen Cut und beraten uns. Okay. Nice. Freunde der Sonne, wir haben ja noch was hier vorbereitet. Natürlich. Und hast du irgendwas, womit du zielen oder snipen kannst oder so? Natürlich nicht, nee, wie immer. Perfekt, gut. Der ist nämlich jetzt oben. Ne, da wo ich hin aime, da oben in den Fenstern hockt einer. Die Situation ist natürlich wieder sehr angespannt, liebe Freunde. Und was hilft da besser, Bruder, als? Eine Gag-Sektion von Luzi und Daniel. Richtig. Die Witz-Sektion hier am Start. Und zwar, ich hab einen und... Springst du? Ja. Warum? Weil ich gucken will, wo die Gammel, diese Larrys... Was soll das denn, ey? Ja, komm, leg uns hier hin. Ja, und zwar durch einen von Tony Mahoney, alter Daisy-19-Uhr-Veteran. Grüße gehen an der Stelle natürlich schon mal raus. Völlig unabhängig vom Gag. Aber auch der ist natürlich wieder... Eure, sag mal eine äußerste Sahne? Atemberaubend. Atemberaubend, natürlich. So wie... Digga, ich komm hoch. Haha, glaub ich dir. Oh, nee, hier ist nicht selb. Von wo schießen die denn? Oh, Mann, diese tausend Fans in dem Game. Jetzt lies doch mal den Gag vor. Ach so, ah, natürlich. Warum hat die Wohngemeinschaft keine Wurst im Kühlschrank, Bruder? Ach du Scheiße, keine Ahnung. Weil sie vegetarisch ist. Oh, wegen WG-Wohngemeinschaft. Wegen WG, ja, nicht schlecht, oder? Vegetarisch, ach du Kacke. Vegetarismus. Tony Mahoney, du bist mal wieder... Vegetarismus, WG... Ja, vegan, schmegan. Heißt das aber auch Vegeta? Vegeta, super, sei es schon zu für zwei, oder? Ja, ist für Zeit, Bruder. Der nächste Gag. Ich hab einen von Tante Tilla. Grüße gehen raus schon mal. Geile Folge, mal wieder. Daumen nach oben, Hashtag Gag, Hashtag DC. Was ist ein nackter Ritter? Ein nackter Ritter? Ja, kann ich dir nämlich ganz leicht beantworten, Bruder. Er ist entrüstet. Ah, und lass mich raten, er heißt Wilhelm. Richtig, denn er will einen Helm, aber er hat keinen Helm. Nice hier, natürlich wieder ein Gag-Feuerwerk, liebe Freunde, aber es gibt eigentlich gar nichts zu lachen. Wir sind umringend von Spielern, die schießen. Richtig, wir sind wieder hier im Massenmord unterwegs. Und dafür würde ich sagen, Grüße gehen raus an Wilhelmina und Tony. Und Tante Tilla. Wir schießen da die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, wir machen einen kleinen Cut hier. Und bis hier was passiert, bis wir mal jemanden lokalisieren können. Okay, Mann. Was soll das denn? Haltet doch die Fresse. Meine Güte, die Zombies rennen. Ja gut, Cut jetzt. Freunde, wir haben uns beraten. Es gibt nur eine Lösung, wie immer. Let's go pushing. Ja, wir müssen jetzt hier raus pushen. Da oben, meinst du? Ja, 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 klar. Wir sind natürlich immer die Pusher in diesem Gate. Jo, genau, da steht er schon. Ach, selbe Idee, Mann. Ach, du lebst noch? Ja, natürlich. Der Zombie wieder, ne? Ja, es geht so hart auf die Nüsse. Bruder, ich hab doch gar nicht geschossen. Was ist denn los? Ach so, der Zombie, oder was? Ja. Er schießt. Okay, einer hat Hit, einer hat Hit. Wo, hinten vorne? Äh, hinterm Haus, hinterm Haus. Da hab ich ihn getroffen. Soll ich da reingehen schon mal? Unten müsste safe sein. Unten müsste safe sein. Das waren aber zwei, ne? Ja, mehr kann ich dir jetzt gerade leider nicht sagen. Ich bin drin, unten. Ey, bist du das da? Nee, ne? Nein, ich bin, ich bin, ich komm jetzt rein. Achtung, er aimt, ne? Treppe. Achtung, Achtung, er ist richtig aggressiv, er pumpt gern. Wo genau? Ja. Irgendwo die Treppe hoch, oder was? Direkt über uns. Oh, Scheiße. Schlitz, Alter. Komm, oh! Er ist wirklich aggressiv, Mann. Er ist richtig angepisst. Pass auf, wenn das zwei sind oder so. Ich bin tot, durch die Wand. Bruder, ich bin da, ich komm hinten rein, ja? Oder was soll ich rein? Äh, ich mach hinten auf. Hinten, ja, okay. Freunde, das bist du. Nein, nein, nein. Hier hat irgendjemand Zombie-Aggro im Camp. Bist du hier unten drin? Ich bin unten drin. Mach auf, mach auf, bitte. Ja. Ja, komm rein, komm rein. Ja. Nein, ah, Tür zu. Waffe, Waffe, ich hab Waffe. Geh hoch, geh hoch. Ich hab schon Waffe. Geh hoch, geh hoch. Du siehst das. Alter, was ist hier los? Das ganze Loot? Ja, was ist hier los? Das hab ich mich nämlich auch gefragt. Was hast du jetzt für eine Waffe? Ja, hier, Bison. Ah, Bison. Ja, es ist irre, ne? Man kann sich hier unendlich bedienen. Ey, was haben die denn alles? Ich weiß es nicht, ich check's nicht. Hä, warum bin ich... Ich würde sagen, komm, lass uns alles mitnehmen, aber das macht auch nicht viel Sinn. Ja, ein bisschen was müssen wir schon mitnehmen, ne? Wenn die Storche zurückkommen, haben sie wieder Waffen. Dann haben sie natürlich wieder Waffen, aber was sollen wir denn... Also, ich kann nicht unendlich viel mitnehmen, ne? Also, das muss man auch mal sagen. Ja, ein bisschen kann ich hier noch mitnehmen, Buu. Das ist ja gar kein Problem, wirklich, ne? Hier sind auch Bison... Hast du eine Bison? Hier sind auch zwei volle Bison-Mags, ne? Ja, die nehme ich mit direkt. Alter, die sind echt full. Was schlucken die denn? Ja, 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 die sind full. 380er, ne? Bisschen essen, schmeißen. Ey, die Scorpion-Mags, ne? Ne? Oh, Bruder, ist es wieder full, ey. Es ist über full, über full. Leute, oh, da... Was denn? Ach, nichts. Nachtsichtgräben mit Helm. Ah, das wollte ich mir gerade snacken. Aber ich habe die Kopfnahme noch aufgehalten. Ach du, alles gut, ne? Also, ich nehme es gerne freiwillig. Ja, ne, da ist ja noch ein anderer Ballistik-Helm, also... Und die Sträuche sind dead tatsächlich, ne? Die sind... Die sind tatsächlich dead, beide. Dead, dead. Da, also, da habe ich mich wirklich dreimal... Dreimal verges... Perfekt. Ich kann nicht mehr reden. Wo ist denn der Typ, der geschossen hat, hier? Wie, wer geschossen hat? Du hast doch gesagt, hier schießt noch einer. Ja, das weiß ich nicht. Der war irgendwo draußen. Ach so. Scheiße. Ja gut, ich würde sagen, wir haben einen kleinen Cut. Gucken nochmal ganz kurz, ob wir noch Loot irgendwie... Und dann sehen wir uns wieder. Nice. Oben auf dem Dach, Bruder. Poliester? Ja, Herr Gaff, guckt mit Kopf. Okay, vielleicht kann ich ihn irgendwie sehen. Okay, er hat mich auch gesehen. Habe ich den erwischt? Nee. Nee. Shit. Ich habe leider nur eine BK, kein Scope hier am Start. Soll ich mal direkt reinpushen? Der Winkel, der Winkel hier ist echt scheiße. Bruder, ich gehe da direkt rein, damit er nicht raus kann. Ja, okay, dann kannst du ihn blocken. Direkt vor... Oh Gott, das ist so dumm, was ich mache. Ich kann gerade nicht sagen, wo der ist, ne? Der ist wahrscheinlich noch oben auf dem Dach und campt da jetzt. Ja, safe call. Irgendwo eine Police, so. Ja, 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 ja. Ich bin drin, Alter. Nice, nice, wahrscheinlich, Alter. Da habe ich... Wahrscheinlich, Alter. Er ist noch auf dem Dach, ich habe ihn gerade gesehen. Echt? Auf dem Dach, Dach? Ja, Dach, Dach. Ich pushe hier kurz hoch. Check alles kurz so. Pushe nochmal hoch, pushe nochmal hoch. Bin oben, bin oben, bin oben. Nice, 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 nice. Naja, halt oben, oben, ne? Dach, Dach. Okay, ich bin da, kann nicht mehr weg. Okay, perfekt. Oh, pass auf. Was, was, was? Ich bin das... Ach, der Nachtsichthelm, ne? Das bist du. Alter, ich dachte, der ist ein bisschen zu hard equipped für dich, aber wir haben ja gerade hier hard loot eingesackt. Warte, eroadet? Ja gut, aber ich sehe ihn trotzdem nicht, ne? Ich bin da, ich bin da, ich bin da! Da ist noch einer! Oh, nee, ey, ey. Die sind zu zweit? Digga, es ist einfach nicht mein Tag heute, das Game, ne? Die sind zu zweit? Fakt, Mann. Was ist passiert? Ich komme, Mann. In der letzten Millisekunde nimmt er seinen scheiß Head weg, ne? Ich komme, ich komme mal rein, ich komme mal rein. Ja, komm rein, Mann, komm rein, Mann. Bin drin? Wo bist du? Sehr, sehr gut. Ich bin oben, ich bin oben. Mach Tür auf oben zur Wohnung. Oh, ne Pumpgun. Echt? Warte, 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 ich gucke kurz aufs Dach. Ich sehe da gar nicht. Einer war noch ganz, ganz oben. Ja, die ist die Camping, da ist ein Bambi. Hallo? Ja, komm, ich gehe Pullis rein, ich muss den killen. Ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ja, warte, 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 lass uns wenigstens zu zweit gehen, Mann. Komm. Ja, guck mal, jetzt warte ich wieder auf. Ich hätte noch eine Nate, ich hätte noch eine Nate übrigens. Okay, komm, komm, komm. Ja, aber chill doch mal. Nee, mein Zombies-Arkos schon wieder. Oh, wir sind hier abgeschlossen. Ach, Dicker, really? Ja, entspann dich doch. Nein, Mann, ich bin so richtig wütend. Ich bin wütend, Alter. In den letzten zwei Minuten der Episode. Ich bin so wütend. Natürlich bin ich das. Wir sollen das sonst sein. Guck mal, wie aggressiv ich laufe, Mann. Einfach rein, lass die Zombies noch eben loswerden. Nein, rein da jetzt, Alter. Wer ist das hier? Du bist so ungeduldig, Mann. Aha. Das sind drei Stück drin. Ich kann das nicht mehr. Ja, ich würde sagen, es wird Zeit für einen kleinen Cut, Freunde. Heute ist nicht mein Tag. Zu hart equipped. Es ist viel zu warm für die Daisy Standalone. Dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag, oder? Grüße gehen raus und 32 Grad. Und damit natürlich bis nächsten Sonntag. Richtig. Einschalten, wir müssen hier im Daumen nach oben abonnieren. Reicht, ne? Ja. Ja. So, Leute. Das war's für die heutige Aufnahme in dieser Woche mit deinem Luzi auf Daisy. Wahrscheinlich auf Daisy, oder? In Daisy, 19 Uhr. Nicht meine Woche gewesen. Ziemlich warm, unkonzentriert und so weiter. Ich hoffe, nächste Woche wird's besser. Mal gucken, was wir machen werden. Wir danken euch auf jeden Fall. Für die Daumen nach oben in das Video rein. Für die kostenlosen Abonnements, die Kommentare, für die Gags, für eure Zeit hier in unserem Projekt hier. Freunde, ich danke nochmal an alle Leute, die auch kostenpflichtig rein abonniert haben. Ich blende euch die geilen Dudes hier mal ein. Es werden auch immer mehr richtig wahnsinnig. Grüße gehen raus, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche mit Daniel wieder. Oder wenn ihr Bock habt, direkt nach dem Video auf Twitch bin ich live. Also immer so Sonntag, 20.15 Uhr. Jede Woche. Auch mehrmals die Woche. Das bekommt ihr dann mit, wenn ihr öfter da seid. Auf jeden Fall bis gleich im Livestream oder sonst im nächsten Video. Oder auf dem zweiten Kanal auf YouTube. All Links wie immer in der Videobeschreibung. Bis dann. Euer Lutz und Ciao.